Hey Leute, hier ist der Marc. Willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir mit den panasiatischen Zerstörer auf Stufe 6 der Gatchamada unterwegs. Bevor wir ins Gefecht gehen, schauen wir uns mal kurz die Module Verbesserung und Kapitänskillung an, die ich nutze. Ich nutze einmal Zielsystem Mod 1, Antriebs Mod 2, dann nutze ich Tarnsystem Mod 1 und die Verbesserungen sind soweit alle eingebaut. Und als Kapitän nutze ich den Deng Shishang mit der Basisfähigkeit ein Quantum Trost und geskillt haben wir einmal unter Wasserprojekt prüfender Blick aufmerksam, Nebel über dem Wasser als legendaren Skill unaufhaltsam. Und bei den Inspirationen nutze ich einmal den Erich Bay und den William Sims und ich würde sagen, wir gehen mal direkt ins Gefecht. So, wir sind im Gefecht auf der Karte, Falle im Herrschaftsmodus. Zwei Zerstörer pro Team, vier Kreuzer, drei Schlachtschiffe mit dabei. Der Black Armato hier in der Belfast und der One Ping Only mit der North Carolina. Fünfer, Sechser, Gefecht haben wir hier erwischt, sehr angenehm. Allerdings auch eine Belfast im Gegnerteam, müssen dort natürlich vor dem Radar besonders aufpassen. Und wir fahren selbstverständlich Richtung A, versuchen das A-Cab einzunehmen. Atlanta auch im Gegnerteam, also zwei Radarkreuzer. Das sind so mehr oder weniger unsere größten Feinde, wo wir besonders drauf aufpassen müssen. Bei der 8,5 Kilometer Radarreichweite. Zerstörer können uns natürlich auch aufklären. Allerdings sollten wir beide im 1 gegen 1 problemlos rausnehmen können, falls es dazu kommen sollte. So, haben hier schon mal die Gneisenau entdeckt. Unsere Funkortung zeigt auf jeden Fall hier Richtung links. Also können wir auf jeden Fall darauf schließen, dass dort vielleicht ein Zerstörer kommen könnte. Aktuell ist aber auf jeden Fall noch nichts im Cap drin. Aber da kommt die Akatsuki. Nutzen hier auch direkt unsere Nebelwand. Wir haben hier die Belfast hinter uns als Unterstützung. Nutzen jetzt hier auch sein Radar. Dementsprechend ist die Akatsuki hier wieder aufgeklärt. Kann dort natürlich nicht wirklich viel machen. War aber auch ein bisschen zu optimistisch vom feindlichen Zerstörer. Dort ohne Support ins A-Cab reinzufahren. Und damit ist auf jeden Fall schon mal der erste Zerstörer draußen. Dort haben wir die Belfast entdeckt. Sind hier relativ tief in der Radarreichweite drin. Hat aber das Radar bis jetzt noch nicht genutzt. Nehmen wir jetzt hier auch natürlich das A-Cab ein. Da kommt auch die Gneisenau rum. Haben wir ein bisschen Glück gehabt. Hätte dort die Belfast das Radar gezündet, hätten wir dort auf jeden Fall einiges an Schaden kassiert. Wir wären auf jeden Fall nicht gestorben, ziemlich sicher. Aber wir hätten auf jeden Fall sicherlich die Hälfte vom Leben verloren. Da haben wir uns nochmal in unsere Nebelwand hier zurückgezogen. Torpedos sind jetzt auch alle draußen. Und der Torpedowächer sieht sehr, sehr gut aus. Drei Torpedotreffer plus Blutung. Er hat eben schon einen Brand gelöscht. Dementsprechend wird er auf jeden Fall dort runterfluten. Die anderen Torpedos würden sonst auch noch treffen, aber hat ja gar nicht so viel übrig. Sogar ein Torpedo hat noch getroffen für 800. Damit holen wir uns hier auf jeden Fall schon mal den zweiten Kill. Versuchen jetzt hier einfach nochmal ein bisschen Blindfire Richtung Belfast zu machen. Die dort genebelt hat. Aber die Belfast sollten wir hier auf jeden Fall ignorieren. Die kann jetzt alleine ohne Aufklärung dort in der Nebelwand eh nicht viel machen. Dementsprechend konzentrieren wir uns jetzt ein bisschen mehr auf das B-Cab, was aber auch gerade schon eingenommen wird. Dort haben wir noch eine Molotow. Eventuell könnten wir versuchen, bei Molotow relativ dicht ranzukommen in die Breitseite. Dann könnten wir dort mit AP sicherlich auch die eine oder andere Zitadelle machen. Was anderes können wir hier aus unserer Situation gerade eh nicht wirklich machen. Das B-Cab ist eingenommen. Die York ist fast draußen. Belfast mit dem Radar wollen wir natürlich mit dem Zerstörer nicht angreifen. Dementsprechend ist, auch wenn die Molotow hier relativ weit weg vom Geschehen ist, das beste Ziel. Molotow dreht hier sogar. Wäre auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, hier unsere Torpedos zu nutzen. Müssen wir natürlich wieder ein bisschen zurückdrehen. Wir hätten jetzt eventuell die Möglichkeit, uns zu nebeln und die AP ein bisschen zu nutzen. Aber die Molotow würde dann wahrscheinlich eindrehen. Dementsprechend wollen wir unser Überraschungseffekt hier mit den Torpedos nicht dahin machen. Und die sehen sehr, sehr gut aus. Dreht rein, aber zwei Torpedos treffen. Vernichtender Schlag. Und draußen ist die Molotow. Und der dritte Kill hier in der Runde für uns. Und ich würde sagen, als nächstes schnappen wir uns hier die Fushun. Die ist dort in einer sehr, sehr schlechten Position. Und wir können natürlich die Fushun jetzt problemlos einfach rushen und mit unserer besseren Hauptbatterie herunterschießen. Wir können uns gegenseitig natürlich nicht mit Torpedos treffen. Das macht aber auch für uns das Risiko natürlich deutlich geringer. Weil es kann nicht sein, wenn wir dort vielleicht auf drei Kilometer oder so sind, dass er uns dann mit einem Torpedo erwischt und wir vielleicht dadurch rausgehen. Dementsprechend versuchen wir uns hier auf jeden Fall die Fushun zu schnappen. Und er ist auch relativ machtlos. Anderer Seite kann er nicht weg. Da sind drei von unserem Team im B-Cap. Und das hier ist ein einziger Fluchtweg. Da kommt er auch schon drei Kilometer entfernt. Und können jetzt hier die Fushun natürlich problemlos runterschießen. Muss auch noch seine Geschütze drehen, wie es aussieht. Wie gesagt, Torpedos können natürlich keine kommen oder können schon, aber hätten uns halt nicht treffen können. Dadurch natürlich die Fushun hier. Relativ netter Kill, den wir hier mitnehmen konnten. Und ja, jetzt ist natürlich die Runde mittlerweile schon längst gewonnen. Sechs Gegner sind schon draußen. Die Kalifornien hat nicht mehr viel Leben. Atlanta ist noch ein bisschen gefährlich. Und wir versuchen natürlich jetzt schon ein bisschen mehr Risiko einzugehen. Eventuell hier noch die Krake. Abholen. Die Kalifornien hat hier einen Brand von uns gelöscht. Okay, das war schon ausreichend. Da haben wir unsere Krake schon abgeholt. Die Kalifornien wollte sich gerade zurückziehen. Aber konnten ihn hier rausnehmen. Atlanta geht jetzt hier auf uns. Deswegen werden wir uns hier auf jeden Fall auch nebeln. Können auch noch mal unsere Torpedos Richtung Frinzalte Friedrich raushauen. Gießt hier sogar noch auf uns. Das ist natürlich angenehm. Dadurch ist er jetzt wieder aufgeklärt. Und die Torpedos sehen auf jeden Fall gar nicht so schlecht aus. A dreht jetzt aber leider raus. Oh, hat aber einen Branddreck gelöscht. Das heißt, sofern ein Torpedo wenigstens trifft, bekommen wir eine permanente Flutung hier noch. Allerdings nähern wir uns natürlich auch schon den tausend Punkten hier relativ schnell. Da ist die Atlanta fast in der Radarreichweite. Jetzt sind wir theoretisch drin. Aber ich vermute mal, er hat sein Radar vielleicht schon genutzt. So viel dazu. Der One Ping hier auch super Runde. Nimmt die Atlanta raus. Und da ist nur noch die Prinzalte Friedrich übrig, die leider es geschafft hat, unseren Torpedos auszuweichen. Eventuell hat die Atlanta dort natürlich auch mit dem Sonar vielleicht ein bisschen die Torpedos aufgeklärt. Gegen zwar hier nochmal einen permanenten Brand. Hätten dort noch gut Schaden gemacht. Aber die tausend Punkte sind schon erreicht. 85.000 Schaden wurden es am Ende mit 114 Zieltreffer. 6 Torpedotreffer, 3 Ausfälle, 5 Schiffe zerstört, 6 Brände, 6 Wassereinbrüche, 1 Solo Cap, 3 Schiffe aufgeklärt. Dann gab es Krake, 1. Blut und Vernichtnerschlag. Schauen uns natürlich auch das Teamergebnis an hier. Richtig starke Teamleistung. Das war ein sehr sehr eindeutiges Gefecht. Gegnerteam hat es leider nicht geschafft, eins von unseren Schiffen rauszunehmen. Also wirklich hier sehr sehr eindeutig. Ein bisschen schade. Ich hätte natürlich schon noch gerne ein bisschen Spaß mit der Prinz Eitel Friedrich gerne gehabt. Schauen uns nochmal schnell den Wirtschaftsweck an. 304.000 Kreditpunkte Profit gemacht. Und dann gab es noch etwas an Erfahrung. Und das soll es auch soweit mit dem heutigen Video mit der Gatchamada gewesen sein. Ein bisschen zu eindeutig für meinen Geschmack. Leider die Runde. Aber Spaß hat sie natürlich dennoch gemacht. Ich hoffe es hat euch dennoch auch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Ein Abo wäre spitze. Schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr meinen Twitter Account. Meinen Twitch Kanal. Meinen Discord Server. Schaut dort gerne vorbei. Ich würde mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal Leute. Haut rein. Ciao. Ciao. Ciao.